Um ganz direkt zu antworten, wir suchen Immobilien und zwar Standorte für großflächige Baumärkte, für Megastores im Baumarktbereich. Wir sind einer der führenden Baumarktbetreiber in Europa, sind seit zehn Jahren jetzt in den Niederlanden, betreiben acht Märkte. Einen Standort erweitern wir jetzt gerade auf unser allerneuestes Konzept und wir wollen bis 2010 mindestens auf 15 Märkte kommen, also brauchen wir jetzt Standorte. Die Standorte, die wir brauchen, sind nicht so einfach zu finden. Wir brauchen sehr großflächige Standorte, 40.000, 45.000, 50.000 Quadratmeter an besten Lokationen und es gibt, denke ich, kein besseres Umfeld als eine Messe dieser Art, um Kontakte zu haben mit Developern, mit Behörden und so weiter. Ja, wir tun alles, um unserem Ziel einer recht zügigen Expansion näher zu kommen und dazu gehört auch, dass man selbst aktiv ist und selbst auf die Developer und so weiter zugeht und nicht nur sich in den Sessel setzt und wartet, bis die Leute kommen. Wir wollen das Unternehmen, die Marke Hornbach, in den Niederlanden noch bekannter machen. Wir wollen zeigen, dass wir den Gemeinden, um die sich dreht, die diese Standorte haben, dass wir den Gemeinden was bieten können. Wir wollen unser Konzept vorführen und da denke ich, dass ein halber Tag in Amsterdam zu verbringen, ein sehr gutes Investment ist.